Oh, wie schön, dass du es bis zu mir ins Mastery-Video geschafft hast. Jetzt kennst du dich sicher schon richtig gut mit Dezimalzahlen aus. Da kommst du uns auch gerade recht, denn im Zahlenland herrscht ziemliche Aufregung. Der Rechenkönig hat es mal wieder geschafft, sich im verwunschenen Zahlenwald zu verirren. Gut, dass sich Rechenkönigin Britta, mutig wie immer, bereits auf die Suche gemacht hat, um den Rechenkönig rechtzeitig zum großen Zählen der Zahlen wieder ins Schloss zurückzubringen. Sie kann deine Hilfe sicher gut gebrauchen, also folgen wir doch zum Zahlenwald. Damit dort keine ungeübten Rechenkünstlerinnen den Wald betreten, ist dieser von einem magischen Labyrinth umgeben. Nur wer das Rätsel am Eingang richtig lösen kann, weiß, wann man links und wann rechts abbiegen muss. Da wir uns ja im Zahlenwald befinden, ist Licht gleichzusetzen mit kleiner als und rechts gleichzusetzen mit größer als. Kannst du also Britta helfen, kleiner und größer richtig einzusetzen? Stoppe dafür ruhig kurz das Video. Schauen wir uns das Rätsel doch mal gemeinsam an. Wenn wir zwei Dezimalzahlen nach ihrer Größe ordnen wollen, dann vergleichen wir die erste Stelle, in der sich die beiden voneinander unterscheiden. 4,6 und 4,09 haben gleich viele Einer, aber unterschiedlich viele Zehntel. Wir vergleichen also die Zehntel miteinander. Und da 6 größer als 0 ist, ist auch 4,6 größer als 4,09. 40,2 und 42, die haben gleich viele Zehner, aber unterschiedlich viele Einer. 0 ist dabei weniger als 2, daher ist auch 40,2 kleiner als 42. Als nächstes kommt 23,018 und 23,07. Die unterscheiden sich erst in der Hundertstelstelle. Und da 1 kleiner als 7 ist, ist auch 23,018 kleiner als 23,07. Abschließend betrachten wir noch 0,625 und 0,616. Auch diese beiden haben gleich viele Einer und Zehntel. Da eine aber zwei Hundertstel hat, während die andere nur ein Hundertstel hat, ist somit 0,625 größer als 0,616. Die Rechenkönigin Britta muss also zuerst nach größer als, dann zweimal kleiner als und zum Schluss wieder nach größer als abbiegen, um das magische Labyrinth durchqueren zu können. Sie folgt der Anweisung und gelangt so in den Zahlenwand. Und schon nach einer kurzen Zeit kommt sie zu einem großen Fluss. Sie sieht, dass der Weg auf der anderen Seite weitergeht. Doch scheint es keine Brücke zu geben. Sie schaut sich etwas um und entdeckt am Ufer einen Stapel von großen, hölzernen Brückenteilen. Auf jedem sind zwei Zahlen eingeschnitzt. Oh, das sind ja Dezimalzahlen und Bruchzahlen. Es scheint dabei zu jeder Dezimalzahl eine entsprechende Bruchzahl zu geben. Und natürlich auch umgekehrt. Richtig zusammengesetzt, könnte Britta eine Zahlenbrücke bilden, die von der Kraft der Mathematik zusammengehalten wird. Ein Brückenteil ist bereits am Ufer angebracht. Stoppe jetzt kurz das Video, um die restlichen Teile richtig zuzuordnen. Helfen wir also Britta, die Brücke richtig zusammenzubauen. Der erste Baustein zeigt 34 Tausendstel an. Das entspricht 4 Tausendstel, 3 Hundertstel, 0 Zehntel und 0 Einer. Also der Zahl 0,034. Wenn du stattdessen die Tafel mit 0,34 genommen hast, dann schau doch mal genau hin und schreibe die Zahl auch in die Stellenwerttabelle. Ja, das sind 0 Einer, 3 Zehntel und 4 Hundertstel. Und entspricht daher dem Bruch 34 Hundertstel. Die Tafel mit der Zahl 0,034, die gibt es auch. Und als nächstes suchen wir daher die Dezimalzahl zu dem gemischten Bruch. Das geht aber ganz leicht. Denn ausgesprochen sagen wir 2 Ganze und 9 Zehntel, was 2,9 entspricht. Als nächstes müssen wir also 1,208 in eine Bruchzahl umwandeln. Die Dezimalzahl hat 3 Nachkommastellen, weshalb wir als Nenner für die Dezimalbruch am besten Tausendstel wählen. Das entspricht dann dem Bruch 1208 Tausendstel. Bei 2,15 haben wir nun 2 Nachkommastellen und können also Hundertstel wählen, was 215 Hundertstel oder als gemischten Bruch 2 Ganzen und 15 Hundertstel entspricht. Genauso können wir jetzt auch 3,86 als 3 Ganze und 86 Hundertstel und 10,06 als 1 Tausendsechshundertstel oder eben 10 Ganzen und 6 Hundertstel anschreiben. Jetzt bleibt nur noch die 1 übrig. 1 können wir auf viele Arten als Dezimalbruch darstellen. Zum Beispiel als 10 Zehntel, 100 Hundertstel oder 1000 Tausendstel. In unserem Fall haben wir noch ein Puzzleteil mit 100 Hundertstel übrig. Mit dem können wir die Brücke fertig bauen. Auf magische Weise hält die Konstruktion und Britta gelangt trocken auf die andere Seite. Dort sieht sie auch schon einen tropfnassen Rechenkönig sitzen, der beim Brückenbau wahrscheinlich weniger Glück gehabt zu haben scheint. Gemeinsam gehen sie weiter und hoffen bald beim Schloss anzukommen. Der schnellste Weg führt dabei über die Zahlenstrahlbrücke. Doch diese ist schon sehr alt und hat einige Löcher. Zum Glück liegen wir aber bereits Teile zum Ausbessern bereit. Nur ist bis jetzt niemand dazu gekommen, diese richtig einzufügen. Mit deiner Hilfe sollten wir das aber locker schaffen. Zeichne doch den beiden einen Plan, mit dem sie wissen, wo sie die Teile einsetzen müssen. Stoppe dazu ruhig kurz das Video. Wir müssen also die vier fehlenden Teile richtig zuordnen. Die Zahl 1 ist mal ganz leicht zu finden, da sie ja gar keine Nachkommastellen hat. 1,4 ist dann um vier Zehntel größer als 1. Da Zehntel auf dem Zahlenstrahl eingezeichnet sind, gehen wir von 1 aus vier Markierungen nach rechts. 0,9 hingegen ist um 1 Zehntel kleiner als 1. Also gehen wir von 1 aus einer Markierung nach links. Jetzt bleibt nur noch 1,65 übrig. Diese Zahl ist um 6 Zehntel und 5 Hundertstel größer als 1. Wir gehen also zuerst wieder 6 Markierungen nach rechts und landen bei 1,6. Leider sind hier ja keine Hundertstel eingezeichnet, aber wir wissen, dass ein Zehntel Zehnhundertstel entspricht. 1,65 liegt daher genau in der Mitte zwischen 1,6 und 1,7. Super, die Teile passen tatsächlich perfekt an die eingezeichneten Stellen. Und so kommen die beiden wieder sicher zu ihrem Schloss, wo sie sich bei einigen einfachen Rechnungen vom anstrengenden Tag erholen. Ich bedanke mich jedenfalls, dass du uns so toll beim Rätseln geholfen hast. Nun bist du fit im Umgang mit Dezimalzahlen und kannst auch gleich anfangen, mit diesen zu rechnen. Vielleicht sehen wir uns also bald im Lernzyklus Addieren mit Dezimalzahlen wieder. Ich freue mich schon darauf.